Hier haben wir den Delfin, die sind auch immer dabei. Das ist total schön, glaube ich. Wasser ist ein bisschen flachend, oder? Das ist ein Drachenbuch, oder? Ja, sieht so aus. Das Geisterschild! Das ist kein praktisch nordische Gebäude, das ist immer eine. Das ist ein Drachenbuch, das ist ein Drachenbuch. Das ist ein Drachenbuch. Ja, du bist du da? Ja, du bist du da. Oh, jetzt sind wir am Schatten, sind wir mit dem Rachenboot. Und noch ein Rachenboot.